willkommen zurück reisende wir sind wieder auf der welt von elder scrolls online mal sehen was uns heute erwartet auf jeden fall schon wieder immer türen 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 also als nächstes sollen wir im palast betreten ja cool wenn wir jeder brennen können also dann ist das laufen wir hier wasser kann man nicht kämpfen naja ausreichend klappt aus nicht mal was von wert der art genossen gefressen ein kann die wäle ganz schön viele von den viechern fischen benötigt köder und ist wahrscheinlich eine angel war also mal ernst fälle oh der hat ein reit hier blauer 1 ja leuchtet näher sache des hauses wie weg entdeckt dam 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 wo zum henker also herrn jetzt auch wüsst du wie man den bogen wieder weg packt ich will nur den bogen wieder wegpacken ach jetzt so geht das los ist jetzt das questing und ist das jetzt da hinten ach das hier recht mit weil scheiße wirklich ich bin also links und dann also darunter ich erst mal meinen müll verkaufen doch nicht gibt es etwas das ich für euch tun kann vorherigen suchen werden nicht angezeigt ich denke aber geil hier hat gar nichts super Warte, reiße. Das springen hätte es nicht gerade schön. Lauf. Tiefer. Das zeigt an, aber wo genau das ist, zeigt er nicht an. Wer von den Hampelmännern ist denn das? Ja. Mal zu. Oh, Alter. Äh. Ja, und wie kommt man tiefer? Alter. Das war Wasser. Oh, scheiße. Oh. Wo sind diese Pimmelköpfe? Da machen wir jetzt als erstes diesen dämlichen Palast betreten. Das ist alles ohne Reit hier. Oh, scheiße. Oh. 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 ich jetzt hier reingelaufen einlaufen um raus zu laufen los springen stirb kann man nicht runterrollen ist das spiel weggelaufen weiter hier ist der blöde sack selbst wenn ich mich fürst wie weg mich bill hier 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 Vielleicht soll ich den Scheiß doch lesen. Das ist kein Stehlen, der lag so rum. Noch irgendwas? Was soll man denn? Scheiß Asche. Die leuchten alle. Oh. Bundel Dach. Ja. Ah, super. Noch. Da ging wohl nicht. Sehe ich aus wie jemand, was fehlen. Alien von uns. Oh, ne Tagesquest, ne Daily. Geht missverständlich an. Ganz. Die Aufträge macht euch zum. Oh ja. Eckknochen, Relikt Tafel, Relikt Schädel. Alter. Zugemeldet mit Aufgaben. Mit der kann ich reden oder was? Wisst ihr wer ich bin? Das ist mir scheißegal. Noch eine Abend. Belehrung. Belehrung. Das hoffe ich doch. Ach. Gelb bekommen. Angst bestimmt. Drehbungen abkuscheln. Drehbungen abkuscheln. Mich selbst erfährlich. Drehbungen erst vor 1, 2, 3, 3. reitieren und wo krieg ich das jetzt her einmal ist einmal ist auch auch besser wüsste wo ich bin tiefer also irgendwo auf der wie soll den tiefer gehen und das wasser ja mal angekommen klappt nicht höher, tiefer, was nun höher, tiefer hör sehr unübersichtlich die quest jetzt bin ich drin und hier ist keiner aus was für eine sitzgelegenheit wo eine bank war echt jetzt man muss reingehen um james servieren sie den t noch tiefer oder was war echt jetzt ach alter Der ist auch in den Sack. Keine Frisse. Habt ihr das meiner Meinung? Oh, echt jetzt? Ausgeguckt? Türen, immer nur Türen. Hä? Was zum? Oh, ey. Evo, Silvers. Also über die Brücke. Da ist so viele Gebäude. Hoch, runter, hoch, runter. Links, rechts. Da hinten. Seid ihr die Mist? Ich würde gerne jedem einzelnen Banditen in der Höhe... Nur, manchmal... Nur, irgendwelches Gefahr sind... Abgeschlossen, gut. Ah, ihr geht. Da sinkt wer. Das Hauswand. Sogar. Sagt, gelingt noch. Ja, ich will da runter. Das ist ein... Man kann sich nicht mal umbringen, oder was? Besser Scheiße. Backe. Ich bin fest. Los, Schlampe. Geht doch. Wird ja zugehen, so eine Wache an jeder Metzeln. Nur so zum... Oh, da komme ich jetzt auch nicht durch. Nein. Da. Aha. Rettet Arbeiter. Scheiße auf Arbeiter, ey. Können die nicht einfach verrecken? Drei Räumen. Vielleicht das war's. Ah ja. Bezweit. Sie pennen hier doch nur. Der zweite verfickte Arbeiter. Oh, ein Laufspiel. Ich könnte katzen. Hö, Schutt. Wo denn? Die nach oben kommen. Ja, hier drüben. Wo denn, ey? Ach, da. Oh, in der Luft buddeln. Voll so. Merkt den Siegen streichen. Ich dachte, ich würde dort unten sterben. Danke, dass ihr mich geratet habt. Ja, ja. Da, wo ich eben gerade war. Ich könnte auch... Ich könnte auch Feuer machen können. War ja eben schon. Herzkanonika. Herzkanonika. Da ist der... noch ein anderer. Also, ich muss Richtung... Reliktknochen. Hö, ich muss hier erst mal verficktes Reittier kaufen. Ja, 42.000, ey. Die ticken ja wohl nicht ganz drüber. Also, läuft mal ernsthaft. Rief markiertes Reittier. Da muss man auch täglich Geld ausgeben, damit die besser werden. Das ist ja nicht scheiß. Ja. Noch potthässlich. Das ist ein scheiß Pferd. Wie kann man denn so viel Geld zusammenkriegen? Also, darf ich jetzt hier wieder wochenlang rumlaufen, oder was? Oh Gott, kotzt mich das an. Dann liegen die Aufgaben auch noch so weit auseinander, als wie in jedem scheiß anderen Spiel. Lauf von A nach B, sammel das und das. Spiel jahrelang, damit du in dem ich jetzt weiterkaufen kannst. Das ist ein scheiß. Nur von A nach B laufen den ganzen Tag, ey. Oh, scheiße, wie weit ist denn das weg, Alter? Oh ja, fick dich. Ticken die nicht ganz sauber? Oh. Da hab ich ja Nerv drauf. Ah, lauf zu Fuß. Meine Scheiße. Verfolgen einen, die scheiß Viecher auch noch ewig lange. Hat das noch eine dumme Aufgabe? Ah, los jetzt. Höher, ja ach. Höher. Immer höher. Ah ja. Tief. Ah, stimmt da, oder was? Ah, Randus. Ah, interessiert auch keine Sau. Wie weit verfickt die Scheiße denn den? Verleckt mich, ey. Oh ja, oh ja. Na los, schwimmen schneller. immerhin sieht die elfe geil aus aber komme ich da jetzt hoch ne mini karte ne minimap ganz einfach aber nein man muss ernsthaft immer auf die riesen karte glitzen roten kopf wurde er nicht so gut da spiele ich über genshin impact entdeckt das hier sieht so stark aus aber egal war das denn damit ausweichen ist aber auch nicht viel ja was ne wechse jetzt bin ich ein geist oder was ich muss sie besiegen wie soll ich das denn machen ja klar der haut einmal zu ich bin gleich mause tot alter aber es ist eine scheiße sich der zuschreibung schaffen sowieso nicht müssen noch level ich habe jetzt gar keine auf drauf und lauf doch da hoch durch schlampe jetzt kommt bestimmt nicht im feuer stehen sind denn die scheiß knochen jetzt sieht man nicht mal welches dämliche level die haben super nicht mal was zum looten unnötig die fücher die hüte braucht man auch sind in diese scheiß ich bin zu weit weg oder was oh los schieß doch oh oh Die nur Scheiße dabei haben, ich hab's gewusst, ey. Ja, super, die lag dahinter. Wie soll ich ihr Himmelkönig da oben besiegen, ey? Okay. 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 das alles ich werde beim anliegen gewinnen indexwert aufmachung ringer cool, warte doch ich habe jetzt hier noch irgendwie eine scheiß punkte null, war ja klar meilenstein zwei Fertigkeits 10 Sekunden lang vier Fähigkeiten so gehe ich die so 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 Schade. Oh eh, das klingt ja gar nix. 20. Vielleicht noch ein Richtig. Das ist ein Scheiß, das man bestimmt vorher lesen müssen. Ach Scheiße. Das war's. Oh, nein. Alle meinen das hier. Ich werde euch ein Schadensprozess auf große Distanz. Das verringert eure Magiekosten. Dann nehmen wir doch noch keinen Schuss. So. So. Kann ich den schneiden? Ich habe den Brug genannt. Jetzt steht der Empfohlen da. Da muss noch viel hin. Hä? Was? Echt jetzt? Zwei Sekunden hier aufpassen. Und einer besiegt. Das war ein Spawner, Scheißvieh. Oh, mit C kann man die. Gut Handschuhe. Ganz, ganz gut Handschuhe. Oh. Gut Handschuhe. Wie ist denn das? Hä? Mal an. Ach, das ist sie. Ach, da ist es sie. Ich bin nicht mehr so tot. Voll geil. Ja. Ich bin nicht mehr so tot. Ich bin nicht mehr so tot. Noch ausgerissen, ging es denn immer nicht hier? Ich bin nicht mehr so tot. Ah, f*** dich, ey. Gar kein Nerv drauf. 41 Gold, glaub ich, wenn du mich nicht laufen musst, oder was? Oh, das Spiel kotzt mich an, ey. Kostet ein Haufen Gold und man hat keinen. Das Vieh nicht klauen. Ich kann hier nirgends durchlaufen. Es würde viel mehr Spaß machen, wenn man diese f*** Reittiere schon hätte. Echt jetzt? Oh, ich muss ganz rumlaufen. Weil... Berge? Äh. Hier im Berg hin platzieren. Musst du noch länger laufen. Scheiße. Alter. Dann werden die Teleport-Punkte auch nur angezeigt, wenn sie lustig sind. Äh. Oh. Ich muss sie wahrscheinlich noch entdecken. Äh. Ah. Von Ding zu Ding kostet nichts. Sonst kostet das einen Haufen Geld. Ich muss da auch wieder langlaufen. Oh, noch ne Aufgabe. Dieses Stumpfkreis, Stüpfel, wie konnte das nur geschehen, Verloren? Lieber erst mal die Aufgaben machen, die man schon hat. Sonst muss man wieder durch die ganze Weltgeschichte laufen, ja. Ein Gewölbe. Ein anderes Wort für scheiß Höhle. Ach, der muss einen scheiß Fliegen, was will man damit? Geht's denn hier lang? Ah. Geil. 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 das andere spieler oder was weil noch größer konnten wir das scheiß ding nicht bauen hier soll man dachen platzieren ja entdeckt ja das ging ja schnell ja dann kannst du auch laufen ich bin verwirrt ja ich doch heilung ich weiß gar nicht wie das geht du vogel wo ist denn hier der forschungstisch wo ist denn hier der forschungstisch was ist denn hier jetzt betrübt oder was oh mein die 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 Ein Zeichentisch. Was für ein dummer Zeichentisch? Ah ja, ich hab's geahnt. Ja, hmmm, kleine Viecher. Ja, mal die Hüte jetzt eigentlich dort umzufallen. Echt mit eh was, irgendwas mit das. Wie komm ich da jetzt hin? Hacke. 41 Gold. Jetzt scheiß Ding auch wieder zurücklaufen, ey. Kacke. Echt, das ist wieder nur gegweinde Aufgaben machen, von A nach B laufen und dann Arsch weit weg alles. Teleportieren kostet einen Arsch voll Geld. Drei Tiere wollen wir gar nicht drüber reden, die sind noch teurer. Oh ja, könnten wir mal hier so langsam... Oh, echt jetzt... ...Hände blieben an dem Vogel. Oh, ist nicht wahr. Ist das überhaupt richtig? Oh. Ah, ich steh den Später. Was denn jetzt? Schaukasten. Oh, das ist dämliche Werbung, ey. Oh, lass mich raten, ich hätte drin irgendwas machen sollen. Da noch? Oh, ein. Scherben starten. Was? Himmelsscherben? Oh. Ah. Nervös? Ich? Nun bringt diesen doch nicht zum Lachen. Halinchier, ihr seid eine wahre Heldin, Wanderin. Verborgene Ernte. Hier jetzt schon wieder. Was, alter? Hä? Hä? Gine. Himmelsscherbe. Hä? Gine. Himmelsscherbe. Hä? Ah, echt jetzt? Ah, echt, meine Fresse. Jetzt muss ich da nochmal rein. Ei, 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 ei. Was soll ich jetzt hier drin machen? Ah, geil. Ich darf da nochmal runterlaufen. Ah, scheiße. Ich hab's geahnt. Ich hätte die Scheiße direkt annehmen sollen. Alter, wieso gibt's keine Minikarte? Das ist doch nervig. Echt, jetzt komm ich da nicht hoch, oder was? Das ist doch nicht so. Das ist doch noch so. Nee, das ist doch. Nee, ich hab's geahnt. Das ist doch so. Ja, das ist doch. Achos. Ah, ich bin gleich Mausentrohe zu. Ach, kacke. Ah ja, meine Fresse. Das ist am anderen Ende der verfickten Höhle. Oh, kacke. Oh, es ist wieder oben bei diesem Magma-Typen. Ah, feuerklar. Oh, scheiße. Ah, reingelaufen. Ah, leck mich los. Mach schneller hier. Das ist Dachzeit. Gott, ich geh mir auf den Sack, ey. Oh, los jetzt. Kekse, yeah. Oh, Alter, es sind diese scheiß Viecher, die mich angreifen. Gott, wie viele sind es denn? Was ist das Ding? 18 Gold war das Ding. Ach, das ist das Ding. Das war's. Ich habe die Änder. Änder. Ah, super. Ah, ich komme nicht hier wieder raus. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das bisschen Gift bringt's auch. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.